Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zeitschreifer aktiviert Die ZDF für funk, 2017 Da oben! Was ist das, ne? Nachschub kommt! Fahr zur Hölle! Ich fange gerade erst an! Da hat es jemand gerwischt! Aktiviere Zeitschleife! Danke! War zur Hölle! Willst du Lichthammer mit einem Blutband festhalten? Sie ist verletzt. Jesus, Braulings! Okay, cool. Bist du ein Awesome? Hast du das Schießen gelernt? Ihr habt viel von eurem Zuhälter gelernt. So gehorsam. Wo hast du sie nur aufgetrieben, Pater? Ignoriert sie. Ich mache das jetzt schon seit 40 Jahren und nie fällt ihnen etwas Neues ein. Etwas Neues? Wie wär's damit? Die Bluthexe hätte es gern, wenn du sie so richtig durchfixt, wie es ihr Vater getan hat. Habe ich nicht recht? In Ordnung, das reicht. Tretet von dir zurück. In nomine Patris, et filii, et spiritus sancti. Kindersänder! Amen! Ich werde dich verschlingen! Ich werde... Ich werde... Ich werde... ... ... ... Das erklärt ihren Widerwillen zu kooperieren. Das Tor zur nächsten Ebene der Pixis. Irgendwie hat sie es absorbiert und wurde dadurch selbst zu dem Schlüssel, der den Spalt öffnet. Er ist in ihr drin. Billy, schließ dich den anderen an und hilf ihnen beim Ablenkungsmanöver. Ich werde unsere Freundin hier zum Tor bringen. Wir brauchen dich, Billy. Du bist die Einzige, die etwas von Blutbeschwörung versteht. Was soll ich tun? Vergieße ihr Blut und öffne das Tor. Beeil dich. Wir können sie nicht mehr länger halten. Ihr habt euch alle getäuscht. Wenn ihr mich tötet, könnt ihr nie wieder in eure Welt zurückkehren. Um Himmels Willen, tu es! Bitte! Bitte! Hilf mir, Wilhelmina! Nur mein Dad hat mich Wilhelmina genannt. Ich heiße Billy. Seid ihr gekommen, um mir eure Sünden zu gestehen, meine Kinder? Wir wollten gerade gehen. Wie könnt ihr es wagen, diesen Ort zu entweihen, ihr Ketzer? Ihr seid besudelt mit dem Gestank der Sünde. Kniet nieder und ich werde euch reinigen. Was hat er gesagt? Denselben Scheiß, den sie verzapft haben, als sie von der katholischen Schule geflogen sind. Ich gebe ihnen dieselbe Antwort. Die Kinder werden von ihm angezogen. Wenn er hergeht, gehen sie auf! Lade ihn ab! Rolix hat's erwischt! Kann ich irgendwie helfen? Vater Rolix ist schwer verletzt! Jones hat's erwischt! Oma! Incentia deus diodo! Lade ihn ab! Lade ihn ab! Es wird nur eine Weile wehtun. Das war mein Fehler, Sir. Wo bin ich? Ach ja. Jetzt weiß ich es wieder. Material wieder aufgefüllt, Sir. Guck er raus, so. Er ist tot. Hoffe ich. Was hat ihn erwischt? Moment! Oh Mann, ihr wollt nicht wissen, was ich da dran gesehen habe. Was? Tut mir los. Das kommt nicht mehr vor. Ich hab wohl das Schicksalge. Incentia! Munition unterwegs, Sir. Ruhe, Entwrit. Geheu, Inferno! No harm! Church hat's erwischt! Feet! Church hat's erwischt! Meine Munition wird klappen. Ich brauche Munition! Halt durch, Billy! Ich weiß nicht, dass ich die Läden gesehen habe. Jesus! Herr, ich schütze mich! Sorge, fällst du hier? Kannst du uns etwas von den Zürich besorgen? Der Nachschub ist unterwegs. Sorge, fällst du auf die Erde und ich schütze mich vor! Sorge, fällst du auf die Erde und schütze dich! Blech, was zerbischt! Kommt zu mir, Kinder! Gottverdammt! Rettet mich meine Hände! Er wird auch nicht unter sich bleiben! Ich besehe euch im Namen der Slie! Brennt mir Ihre Seelen! Ich habe euch nicht. Ich habe euch nicht. Ihr habt meine Kinder. Meine süchten Kinder. Was? Das nenne ich Karma. Ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Es ist genug für alle da. Er ist in meinem Kopf. Weshalb konnte nicht näher. Meine Augen sind mit den Jahren so schwach geworden. Jesus. Ist es Magie, die ich da unter euch spüre? Ihr seid doch nicht etwa wieder nur ein Pack widerwärtiger Fremdländer, die unser kleines Fest ruinieren möchten. Oh, eure Sorte ist mir die allerliebste. Mit euch zu spielen ist fast genauso befriedigend, wie euer Fleisch zu verzehren. Leute, der Fettsack gehört mir. Du kannst ihn haben. Ich rühre dieses Ekelpaket nicht an. Ah, und was haben wir denn da? Ihr habt auch Hexen mitgebracht. Ich fühle mich geirrt. Ich habe schon so lange nicht mehr von beiden Geschlechtern gekostet. Sir, die Struktur dieses Bodens, Sir. Lasst uns endlich beginnen. Es ist eine Falle, Sir. Ah! Genug von diesen Eimerneinen. Ich werde euch zeigen, wie man den Leuten hier richtig gut gut treibt. Captain Ross? Ich muss das noch kaputt machen, wenn er seine Körperkampf durchlegt. Jaws hat erwischt! Jaws hat erwischt! Jaws hat erwischt! Rulings, bist du okay? Wir haben Verletzte! Jaws hat erwischt! Jaws hat erwischt! Aber wir wollten nicht wissen, was ich da gerade gesehen habe. Achtung! Achtung! Ich höre für Elby. Ich bin von der Weg. Jaws hat erwischt! Jaws hat erwischt! Jaws ist auch... Jaws hat erwischt! Der Gart hat sie erwischt! Zeitgleicher aktiviert. Simone! Rollen! Rollen, steh mir! Nein! Es hat ihn erwischt! Das war mein Fiener, so. Oh, 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 oh. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Scheiße war das knapp. Das war's für mich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Jones, wir müssen diesen Sarkophag irgendwie öffnen. Meine Munition ist fast alle! Jetzt! Solange Ihre Verteidigung geschwächt ist! Rauschen! Was ist das? Ab jetzt, solange Ihre Verteidigung geschwächt ist! Meine Munition ist fast alle! Zielobjekt neutralisiert! Das ist diese bärische Dämonin! Sie gewinnen ihre Kraft aus Blut! Das ist die Gefühle der Familie! Wir haben hier Verletzte! So, auch Hilfe! Das ist die Gefühle der Familie! 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 Hier hat es jemand erwischt! Die Gefühle der Familie! Die Gefühle der Familie! Die Gefühle der Familie! Die Gefühle der Familie! Er wurde schon! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Rollins, bist du okay? Der ist erledigt. Wie lang war ich aus dem Gefecht? Ihr Kackt, bevor du auch so gewartet hast. Der ist erledigt. Der ist erledigt. Er ist erledigt. Er ist erledigt. Der ist erledigt. Wie er erledigt? Berholt haben! Erleicht! Haben Sie die Hand! Sol pardon! Die Fliegenschwärme sind ihre Energiequelle, Sir. Die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme und die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme. Die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme und die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme. Die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme und die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme. Die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme und die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme. Die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme und die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme. Die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme und die Fliegenschwärme sind die Fliegenschwärme. Ich schulde dir einen Gefallen. Zielobjekt, neutralisiert! Oh mein Gott, Frank! Aktiviere Zeitschleißen. Flaschenkopf. Bleib schön liegen! Ich bin der Hammer. Ich bin der Hammer. Ich bin der Hammer. Die Position ist unterwegs. Hier hat es jemand erwischt. Das war der letzte Schwarm. Holt sie euch! Oh mein Gott, Frank! Junkshi, bist du okay? Ach, da habe ich ja gerade noch money. Ich bin der Hammer. 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 Ich brauche etwas Munition, Schuhe! Munition unterwegs, Sir! Wir haben einen verletzten, Sir! Hier hat sich jemand erwischt! Jones ist schwer verrundet! Was dir ganz schön Zeit gelassen ist! Millie hat's erwischt! Munition ist unterwegs! Sie braucht Hilfe! Ich brauche Munition! Material wieder aufgefüllt, Sir! Ich lade nach! Der Garo ist am Arsch! Kümmern euch auf Church! Material wieder aufgefüllt, Sir! Ich brauche etwas Munition, Schuhe! Ich brauche etwas Munition, Schuhe! Caradox aktiviert! Ich brauche etwas für ihn! Ich brauche etwas! Ich brauche etwas für ihn nicht zu tun, Schuhe! Keine Zielobjekte mehr, Sir! Untertitelung. BR 2018 Wo zum Teufel sind wir? Am Grunde einer tiefen Schlucht. Die Spektralanalyse zeigt eine riesige, unstabile Energiequelle in der Nähe. Schön, dass du dabei bist. Ich konnte Befehle noch nie leiden, egal ob heilige oder weltliche. Cole, wo genau befindet sich diese Energiequelle? Es kommt schnell näher. Es wird aus diesem Tunnel da kommen, Sir. Endlich, die letzten Puzzlestücke. So ist es also, eine Seele zu haben. Von der Lichtkraft angezogen zu werden wie Motten? Schon bald werden sie mir gehören. Cole, scanne sie auf Schwächen. Ihr anderen lasst sie einfach reden. Sir! Wir lassen uns nicht so einfach aussaugen wie Leech. Schon möglich. Aber man kämpft für das, was man haben will. Und wenn ich eure Kräfte absorbiert habe, kann ich endlich aus diesem Gefängnis ausbrechen. Und jetzt sterbt! Sir, ich glaube, sie will unsere Kräfte gegen uns selbst bündeln. Aber ihr habt ja gerade... Schlauze, Schlampe! Schlauze, Schlampe! Cole! Ah, Mist! Rawlings! Feuer! Das wird noch eine Weile, bitte. Ich muss Delvado helfen! An meine kleine Blase! Gott, verdammt! Durchhalten, Willi, ich komme! Durchhalten, Willi, ich komme! Durchhalten, Willi, ich komme! Also durch, ich komme! Verdammt, nicht schon wieder! Hier bist du unterwegs! Hier hat es jemanden erwischt! Es hat ihn erwischt! Du hast dir ganz schön Zeit gelassen, was? Danke, Bruder! Ich brauche Hilfe! Wo war ich noch mal? Sie braucht Hilfe! Durchhalten, Abby! Helfest du unterwegs! Verste! Oh! 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 Das ist das, was du wolltest. Das ist das, was du wolltest. Das ist das, was du wolltest. Ich werde beenden, was ich begonnen habe. Das ist das, was du wolltest. 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 Das ist das, was du wolltest.